unglaublich also volles gefecht meine frösser definitiv keine bots bei sein brauchen die fox ist die kann man schön mit he weg sprengen ja wir müssen uns ein bisschen zurückhalten dann geht das geht schon klar oder wurde tatsächlich mit mir mit der red der etwas russisches oder ukrainisches oder was auch immer wir können ja erstmal auf d4 ein bisschen campen d4 ja wenn wir jetzt schon hier oben sind ich habe das gefühl ist global ops ist aber kein global ops die karte ich so selten im pvp alter bmd fox fox cp zp aber du quatsch hast von d4 und du fährst nach oben ja klar ich durch den berg kann ich nicht durchfahren die vieles bei mir woanders ja ungefähr das ist genau auf der grenze ich will halt eben oben bleiben halt so weiter wir werden fox fahren schon durch hier unglaublich genau hoch noch weg jetzt so ich bin jetzt bei die ja gut die drei ich bin einfach andersrum gefahren als du so ein kletter ich hier mal so ein bisschen den berg runter ohne chance machen so muss es sein so jetzt weg bei d4 genau ich auch guck ich stehe links neben dir wie war scheiße warte mal warte mal halt stopp 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 ja ja hier guck mal ich hab doch hier eine schöne lassen lassen wir hier links hinten rum fahren weil da ist jetzt gar keiner lang gefahren warte mal nächste schelle hinter dir ich komm zu dir ich brauche ein bisschen schützt dich ich habe keine hilfe hier ja ich bin noch unterwegs sie kann nicht schneller keine chance weil alle weggefahren sind was macht denn ja ich werde jetzt hier total überrannt ja keine chance also alle da stehen sie bei unserem spawnpunkt da wie so pümmelköppel ey keiner reagiert so jetzt kommt jetzt seht mal zu wie er durch mich durchkommt scheiße einfach von der Seite ja aber eh noch von der Seite ja fuck ja zu viel auf jeden hoffen aber dieses leckere saale weg jetzt ja ja klar natürlich ja dann sind sie alle landing train gefahren ja unsere unten und die alle komplett oben da hat man keine schnitte wie die einfach mal wirklich die soldaten einfach auch nicht platz schießen interessiert die nicht hey björn was haben wir falsch gemacht halt die rasieren ja alle weg bämm jungen der nächste weg da oben der nächste weg gleich hey ich glaube wir hätten noch ein bisschen ja wir hatten jetzt einfach das pech des jungs dann hätten wir jetzt auch den spaß hier mitmachen können ja guck mal das ist ja ja was für ein pursch alter krass ja der guckt nur zu hier herrlich der wiesel von ganz weit hinten und zack 11 zu 0 gewonnen alter what the fuck und wie sind die ersten bindi raus na gut dann haben wir sie jetzt ein bisschen aufgehalten oder so genau wollen wir mal ein bisschen was positive draus ziehen na zumindest ist nicht letzter spotting der misch alter spieler und der fahrer ja klar natürlich dann ist es sich ja ja weil sie dann plötzlich reagiert hatten und dann mit drauf geschossen hatten ja ja ja